purana setu bandhasana ist die volle brücke das heißt die brücke mit gestreckten beinen purana heißt voll setu heißt brücke setu bandha heißt das errichten einer brücke purana setu bandhasana also die brücke mit gestreckten beinen und hier ist tatsächlich die brücke offensichtlich du kannst über die beine bauch brust hinunter gehen zur anderen seite und es ist gut manchmal brücken zu bauen statt trennungen schaffe brücken